Oh, er hat den Radiosender gelassen. Yes, sir. Give me the cup to you. Yes, sir. Wie viele Rennen sind denn das jetzt noch? Also eigentlich sechs, weil das ist jetzt das fünfte. Du hättest nicht so eine lange Spieleliste nehmen sollen, glaube ich. Er weiß, wie er mich demütigen kann. Bei Battlefield hat er ja keine Chance, deswegen. Wollen wir mal die Statistiken vergleichen? Welches Level bist du denn, Kai? Das ist ja nicht so schlimm, aber die Statistiken. Das ist nicht so schlimm. Du hast nur gelevelt, weil du C4 wirfst, Alter. Das kannst du ja gleich mal unter Beweis stellen. Ja, aber das streamen wir dann lieber nicht, weil wenn ich Unrecht habe, das ist scheiße. Das werden wir auch auf jeden Fall reinpacken. Verdammt. So, warte mal. Da ist ja wohl klar, welche Karre ich hinnehme, oder? Ist das schon wieder klar? Ja. I give it to bop to you, yes, I give it to bop to you, yes, I give it to bop to you, yes, I... Oh, ich finde der sieht ganz nett aus. Ups, was habe ich denn jetzt gedrückt? Ich habe gar nichts gedrückt. Was habt ihr denn genommen? Ich habe gar nichts gedrückt. Ich habe so ein Infinity-Ding genommen. Centorno. Ach so, verdammt. Da fahre ich euch mal wieder hinterher. Ich habe schon wieder eine Schra... Ah, nee, ich dachte... Alter! Jetzt hau doch mal mit deiner Dreckskarre. Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Ich fahre mal vor, Jungs. Oh Gott, jetzt habe ich deine Treppe nicht hoch, oder was? Ja, fahre weg, ey. So, komm, können wir jetzt mal ein bisschen Autobahn fahren? Das wäre ja mal echt nice. Hey, jetzt habe ich die Bushaltestelle hier gerammt. Hast du die auch gerammt gerade? Der biegt schon wieder rechts und links ab, ja. Nee. Ich bin gar nicht mehr da. Wie, du bist nicht mehr da? Ich freue mich, dass Leben ist und fahre und fahre. Ja, ich falle es rückwärts runter. Jetzt hänge ich hier wieder irgendwie. Warte mal. Jetzt muss ich hier die Treppe runterfahren, oder wie? Was ist das denn für Mist? Boah. Seid ihr schon wieder vor mir? Ach, Mann. Wie ich da reingeblieben bin, wie kranker Scheiß. Ich kriege die vor dir. Das ist schon mal gut. Ich schwere dir, Saki hat wahrscheinlich Tag und Nacht geübt, ey, dass er uns hier fertig machen kann. Boah, jetzt habe ich die Einfahrt auch noch verpasst, ey. Es ist zum Weinen. Oh, scheiße. Wie kommt man denn hier jetzt runter? Ja, das weiß ich auch nicht. Dazwischen? Ah, hier. Okay, wir sind unten. Geh mal weg mit deiner Scheißkarre, ey. Hallo, wo willst du denn hin, Mann? Du bist mir eigentlich voran gefahren da. Ja, nur weil du hier den Fahrer hast und du hast deinen Führerschein ja auch im Polenmarkt gekauft, wa? Ja. Hast du ein Problem damit? Okay, ich seh dich. Nein, fahr! Schnell fahr! Warum fährt das Ding nicht schneller? Ich seh dich. Kann ich irgendwelche Ölspulen oder sowas legen? Ich komme näher. Nein, wo muss ich denn lang? Ach, da ist ein Rampe, Scheiße. Weg! Oh, Mann. Das hat mich schon wieder überholt. Ist doch zollbrechend. Oh, warte mal. Ich hab ne Abkürzungen gefunden, glaub ich. Nee, verdammt. Boah, da bin ich geklappt. Verrekt. Du weißt doch, Abkürzungen sind nie gut. Ja, ey. Der hat ja schon wieder so ein Turbo-Ding hier, ja? Ein Turbo-Ding hier? Na, guck dir das doch mal. Boah, was ist das denn? Warum fährst du denn nämlich so rein, Junge? Nee, der Sonntagsfahrer da. Hier mit seinem Jeep da oder was das war. Geh hör doch mal auf. Ey, geh mit dem Lob ab, du Junge. Du bist so ein Asi. Ich hab weh... Ich hab weh... Ach, du Scheiße. Ich schwöre, ich schmeiß den Controller gleich nach Münster, ey. Das will ich sehen. Schön wie Kai vom Stuhl fällt, weil der Controller aus Berlin ankommt. Oh nein. Oh no. Wo muss ich denn hin? Hier ist eine Rampe. Oh Gott. In einem Ziel. Ich glaub, da sollte ich nicht rüber, oder? Doch. Du musst die Rampe hoch und aufs Dach. Aufs Dach? Ja. Doch. Ja, du musst auf die Rampe da. Das sind ja noch keine Hobbys, Alter. Drück lange Dreieck, Bocci. Lange Dreieck. Bocci, das wäre dein erstes Rennen, was du mal beenden könntest. Mann, ich hab nur noch 17 Sekunden. Auf die Rampe zusteuern und einfach nur hoch. Hab ich doch gemacht. Links am Auto vorbei. Links am Auto vorbei. Ja, ja, ja. Was macht der denn? Du landest drauf. Du landest drauf. Oh Gott. Dreh. Nein. Dreh dich. So. Und jetzt dreh dich. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich... Ah. Du hast dich kaputt gemacht. Es ist keine Schase. Du bist da fast reingeflogen, Mann. Gott. Oh Mann, ey. Ach, herrlich. Echt jetzt. Level Up. I give it to you. Yes, sir. Level Up. Ah. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Da habt ihr es. Ähm. Jo. Ach, das Ding heißt ja eigentlich Infinity. Ah, ja. Infinity. Yes, sir. I give it to you. Yes, sir. Anhand dessen, wo ich jetzt hingesprungen bin, glaube ich, dass dieses Renn scheiße wird, weil das ist da in den Klippen. Das ist immer kacke. Kannst dich noch an dieses Rennen erinnern, ähm, mit dem Motorrad da von der Gondel runter? Den Berg, wo du alles runtergelaufen bist am Ende? Das war so scheiße. Oh yes. Ich hab was, ich hab was. Boah, so'n fetten Monster Truck. Aber ich hab mir den alle mal ausgewählt. Ich nehm den. Was hast du denn ausgewählt? Ich hab, ich hab Sand King. Wifter? Ich hab Sand King XL. Noch neun Sekunden. Ich hab noch nicht entschieden. Nehm doch irgendeine, ist doch egal. Achso, ich muss noch fortfahren. Boah. I give it to you. Ja, boah, ist das krank. Was ist mit euch los? Los, Pocky, wir machen jetzt glatt von hinten, alter. Was ist mit euch los? Immer weg mit deinem scheiß Buggy, alter. Oh mein, fein um, fein um, fein um, schub sie ihm von der Bahn. Wieso ist der denn jetzt schon wieder schneller? Weil ich fange ja wohl die Monster Trucks, die Opfer. Alter, du kannst mit diesem Monster Truck aber überall drüberfahren. Was tut er, das ist echt? Ich bin nochmal weg, oder? Ja, 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 ja. Dafür haben wir Spaß. Vollkommen okay. Gewinnt kann jeder, aber Spaß haben können nur wir. Oh, und jetzt soll ich mit dem Ding auch noch springen, oder was? Juhu. Alter, diese Karne. Alter, der ist ja so lahmarschig. Ja. Gott. Ja. Bock? Ich hab' ich komm' ja. Du weißt, ich drück' das Ding schon durch bis zu den Kniescheiben. Ich eile. Und jetzt dreht sich das Teil hier auch noch. Hörst du's schon? Nee, keine Ahnung, ich hab' hier leise gestellt. Ich hör' auch nichts, weil ich bin einfach schon viel zu weit weg. Ah, angehbar. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich mein' Du Prollo echt. Müssen wir jetzt da über die Sand drüber? Nee. Da lang. Man sollte zwischendurch auf die Karte gucken, hab' ich das Gefühl. Ja, ich fahr' doch rechts! Langsame Fahrzeuge rechts, bitte. Schusserz. Ey, das ist doch hart. Also, hätte ich links gemusst? Nein, du nicht. Du zählst nicht. Genau, du musst doch schon weit fahren. Aber ich häng' Bocki an seinen Rücklichtern, weißt du? Ich schieb' ja grad hier den Berg hoch, weil er so langsam ist. Ja, jetzt der spinnt. Doch, jetzt, verdammt. Man muss leider schon wieder schneller als meiner. Ist doch, ey. Ohhhh. Freut euch auf den Mega-Jump, der da noch kommt. Na, ja. Riesig. Ich bin begeistert. Und das hier mit dem Monster Truck, ey. Oh Mann, ey. Das ist ja heiß hier, ey. Oh, yes. Aber ich glaub' die Strecke sind wir schon mal gefahren, oder? Irgendwie kommt mir die bekannt vor. Nee, also jetzt zumindest noch nicht. Ich kenn' die, ey. Ich kenn' die auch noch nicht. Ich bin die auch noch nie irgendwo im, in GTA normalen Leben gekommen. Boah! Wuhu! Also, GTA normalen Leben, ja. Ne? Wer hat hier schon normales Leben? Wieso hast du denn kein normales? Nein, ich meinte nur, dass ich im, im Singleplayer dann noch nicht da lang bin. Ja. Bock, du kommst wieder vor mir. Ja! Geil! Wie hab' ich das dann gemacht? Hm, ich musste mal kurz, äh, mich respawnen. Ich glaub', das musst du gleich nochmal machen. Nee, ich glaub' du musst das gleich machen. Geh' weg! Geh' weg! Geh' weg! Boah! Das ist ein Zauberstab, ey! Ja, hast du doch! Oh nein! Jetzt wird's pervers! Alle abscheiden, bitte! Serge wird's pervers! Was? Ich mach' hier gar nichts. Oh nein! Wo seid ihr denn, ey? Naja, hier... Ja, hättest du mal denselben Wagen genommen wie wir, hätten wir alle Spaß, aber nie. Oh, ich fahr' ich über die Brücke. Echt? Tatsache, da fährt er. Mhm, da fährt er. Mhm, da fährt er. Ich hab' recht viel Weg vor euch. Das macht nichts. Wir haben unseren Spaß, wir genießen die Aussicht hier an der Küste. Das ist kein Thema. Aber sch... Bocki, wollen wir mal kurz rechts ranfahren? Nochmal, äh... Selfie! Selfie! Nein! Selfie! Von der schönen Kiste. Ich hab' schon wieder einen Überschlag gemacht. Dabei bin ich nur links abgewogen. Schaust du? Sollte auch rechts fahren und nicht links. So, ich bin jetzt an der Brücke. Drei Jahre später... Wer stellt denn den Mast hier hin? Ja. Ganz ehrlich. Ja, ist nicht gerade der Schnellste, aber ähm... Er ist sehr sicher im Fahren, also... Eigentlich ja. Ja gut, du hast jetzt keine Probleme mit so'n bisschen hugeligen Wegen, ne? Da fliegt mein Buggy schon mal ein bisschen durch die Gegend, weil... Das stimmt. Give it a wap to you. Yes, I will give it a wap to you. Yes, I will give it a wap to you. Wie lange hab' ich denn jetzt noch, dass ich fahren kann? Ich bin ja wieder hinter euch. Es ist auf jeden Fall noch ein ganzes Stück, also... Achso, es kommt immer drauf an. Von der Brücke ausgesehen, geht's auch richtig weiter. Achso, der zählt erst runter, ähm... Ja, also beide, alle, also wenn zwei drin sind. Genau. Achso, okay. Bock nicht, soll ich auf dich warten? Wenn er hier nicht schon mal... Oh, jump! Nice. Ich glaub, das ist noch eine sehr lange Geschichte, die wir hier gerade haben. Du bist zwar noch weit weg, aber ich seh' dich. Oh, Stein! Gab's schon mal Zeiten, da hab' ich dich noch nicht mal mehr gesehen. I give it a wap to you, yes, I give it a wap to you. Das ist das letzte Spiel, zum Beispiel. Tja, mal fahren. Jetzt so'n bisschen Country-Musik, oder? Ja, das wär' ja schön. Mit seiner Klampfe oder sowas. Ding, bee-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Komm näher. Liegt aber nur daran, dass sie quer fällt, äh, quer fällt, quer fällt, klar. Oh, ich seh Kai. Wieso siehst du deinen Kai? Der ist das... Du musst nur noch mal 40 Rundungen machen. Achso, auf der Karte siehst du den. Oh nein, 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 nein! Ja, er ist runtergefallen. Juhu, schnell. Verdammt, ich muss auf Twitch gucken, was passiert. Kann nicht weggucken, ist wie ein Unfall. Ich kann nicht weggucken. Der ist ja schnell. Der ist schnell. Der Wagen. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da hoch. Der Wagen rockt, Alter. Ich finde den eigentlich ganz cool. Ja, wenn ich nicht an jeder Ecke hängenbleiben würde, ist das wirklich cool. Was liegt der eher an meinen scheiß Fahrkünsten? Ach je. Also wer sich diese Strecken ausdenkt, ganz ehrlich, der sollte erschossen werden. Das ist ein Genius. Genius. Ich bin schon wieder im Müllhaufen gelandet hier irgendwo. Na toll und Sergej ist wieder vorbei. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja, ich häng hier. Ich häng hier. Ich kann ihn ein bisschen warten lassen. Ich häng auf den Zaun. Ja, hab ich doch schon gemacht. Ja, hab ich doch schon gemacht. Anlauf holen, ja. Die Junge. Zieh. Jetzt hat er es geschafft. Wumm. 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 Häng hier zurück, äh. Rechten Stick drücken. Ich bin auf alle Fälle hinter dir. Voll auf dem Fersen ey. Boah, geht das noch lange, ey Da musst du jetzt leider durch Kommt davon, wenn du so einen schnellen Wagen nimmst Richtig Du wolltest ja keinen Spaß haben mit uns Hallo, hallo, Freunde Und willkommen Bocci, warum bist du jetzt so schnell auf einmal? Weil ich den Tovo eingelegt habe Keine Ahnung, warum ich so schnell bin Und warum? Zieh rum Zieh, 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 zieh Boah, jetzt schiebt er mich hier raus Dann schaue ich euch Ja, das wäre mal sehr toll Wenn du das mal fährst Ich hätte dich fast überholt, ja, aber nein Boah Wenn ihr wüsstet Wir haben Zeit Alle Zeit der Welt Ich glaube, ich muss mal meine FPS runtersetzen hier Weil irgendwie ruckelt der Stream leicht bei mir Weiß nicht, wie das bei euch aussieht Ich habe schon Mühe Erstmal relativ klar Hier zu folgen Jetzt soll ich hier auch in den beiden noch irgendwo hingucken Ich habe immer so ganz kleine Mini-Ruckele Bocci, kommst du irgendwann auch mal wieder? Ja, Mann, was kann ich denn dafür, dass die Karte so langsam fährt? Würde ich hier mit meinem Corsa hochfahren, hätte ich mich längst eingeholt Hochgeschwindigkeitswagen hier Oh ja Komm gerade ins Schwitzen Weil ich gar nicht mehr weiß, wie schnell ich hier lenken soll Alter, wie der auch einfach mal in die Knie geht, wenn du auf die Bremse drückst Oh, da müssen wir ja links abbiegen Ach nee, ich bin schon wieder in den Graben gefahren Na klasse Was machst du denn da unten, Alter? Na, aber ich dachte, da müssen wir lang Ich konnte ja keine Ahnung, dass man über eine Brücke fahren muss Der Feier hat ja gerade ausgezeigt Also bin ich da lang gefahren Oh, da ist ja das Ziel Oh, das ist ja toll Er überholt dich sogar noch auf den letzten Meter Nein Ja, wahrscheinlich Ich bin im Ziel Ok, als erstes beendet das Rennen Alter, 9 Minuten 30 Mega 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 So, wir sollten uns mal auf die gleichen Fahrzeuge einigen, glaube ich Müssen wir doch nicht Müssen wir doch nicht Ist doch egal, ob wir die gleichen Fahrzeuge haben Ihr könnt so oder so besser fahren Hockys erste 10 Punkte Ja 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 Ja, definitiv Ähm, Supersportwagen Schon wieder Mal wieder Ein Langrennen Bei mir heißt es Grabenrennen Ähm, lass mal nicht den Zentrum Und ich glaube, der Rocky hat keinen Zentrum, oder? Dann entscheide dich schnell Stimmt, ich habe den gar nicht Deswegen konnte ich den noch gar nicht nehmen Nimm mal den, den Bullet Den Bullet? Bullet, Bullet Bullet Ach da, alles klar Hab ich Okay Okay Yo, Bullet 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 in the house My house Okay Dann schauen wir mal, wie das wird Meiner geht immer voll ab im Auto Ab geht er Oh, Alter Ich fahr Mario Kart Alter, das kann doch nicht sein mit euch Verdammt Es ist klar, wenn drei Leute gleichzeitig probieren Eine schmale Rampe hochzukommen Dass das nicht gut geht Der Klappenkörner hätte mich kein nicht abgehalten Bin ich auch durchgekommen Oh Gott, nein Oh Gott Oh, ich bin drüber Ja, ich bin auch drüber Nee, Wasser Scheiße Okay Bin wieder im Boot So Das wird hier alles sehr mysteriös noch mit uns Scheiße Boah Hätte ich fast verpasst, ey Ey, ich komme über diese Rampe nicht rüber Anlauf Mach ich doch Und dann nach hinten Mehr anlauf Soja, Knippe hätte ich jetzt fast gesagt Ja, ja, nee Ich muss ja erstmal Das ist schon klar Ich bin ja Oh, oh, oh Aber ernst Knapp Wäre fast schon wieder am Wasser gelandet Pfff Alter, was war denn das gerade? Ich bin gerade ganz gefährlich An mir vorbeigesprungen Ja, ich bin da hingeblieben An der einen Kante Ach Gott Wo müssen wir denn jetzt schon wieder lang? My house Ach, doch Auf den Schienen Auf den Schienen Quit playing games with my heart Nee, tell me why Tell me why Warum fährst du so scheiße Aber der Wagen ist eigentlich nicht schlecht, ne? Fährt sich ganz, 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 sehr an mir in diese Karre So, herzlich willkommen an unsere neuen Zuschauer Oh, hier ist eine Rampe Ach, fuck Nicht aufgepasst Alter, wo bin ich denn da? Ach, da Ich sehe euch auf die Karte Genau Wie soll man denn da bitte hinkommen? Überlegt mal noch eine Weile Super Das sieht aus, ey Ohne Wissch Muss ich jetzt schon wieder diese Rampe hochfahren? Was müssen wir denn hier eigentlich machen? Ich glaube, wir müssen auf die Alter, wir sind ja vielleicht kacke Oh ja, sind wir Mit Schokosauce Aber wirklich Der Scheiß ist da unten, ne? Ich hab gedacht, wir müssen auf die Autobahn raus springen So wie der Punkt aussah Kein bisschen Alter, echt Muss man hier schon wieder springen? Ne, ich fahr einfach mal rum Wieder so ein Mast Du brauchst nicht auf die Rampe drauf Nur so zur Info Ja, wollte ich nur verwirren Du sollst zwar drauf, damit du dort ein bisschen springst Aber hinterher ist es egal Ne, ich bin einfach umgefahren Hallo, Freunde Herzlich willkommen Schön, dass ihr da seid Hab erstmal gehuckt Da bremsen Erstmal hupen Wenn man das Ganze hier nicht sehen kann Oder keine Zeit hat Kann es natürlich auch Nachher oder später bei YouTube Sich angucken Wir werden das Ganze natürlich Nein Oh mein Gott hier Das Ganze natürlich bei YouTube auch online stellen hier Ja, definitiv So Alter, bist du unten oder rum? Unten Bist du ja schon wieder an der Rampe? Nee, doch nicht Oh, wenn dieser LKW nicht wäre Oh fuck Das dachte ich mir auch gerade Oh nee, ey Ich bin so ein bisschen traurig Alter, was ist denn hier los? Yeah Und ein Dankeschön ans Followern Schön, danke dir Hoff du hast ein bisschen Spaß Ähm Ich bin total verplant Und danke fürs Followern Ähm Alter, das ist hier eine Rampe Was los wirklich? Oh, ich bin gerade unter der Autobahn gefahren Anstatt oben Ja, alles klar Fransch konnte ich machen Das Rennen hier noch schnell zu Ende Dann Ach, da ist eine Rampe Ich habe die Rampe gesehen Alles klar Ups, da bin ich Boah, wie du da auch durchs Wasser Kaum durchkommst, ne? Muss man hier schon wieder Durch die Ah Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ins Ziel Wahrscheinlich hier unten bleiben Alter, wie lange ist denn die Strecke? Das ist wirklich anders Warum wurde ich jetzt gerade gezwungen Hier runter zu gehen, ey Das ist doch unglaublich Das ist doch nicht anders Ich bin nur nicht weit genug geschwungen Oder so Also wir müssen hier unten bleiben Das ist gar nicht so einfach hier Juhu Oh nein Ich bin dazwischen gesprungen No, ich habe es geschafft Und ich bin durch Nein Unglaublich Unglaublich Oh, ich habe es angekommen Ich bin sowas von durch, genau Fahr Fahr Schnell Schnell Los, Bocchi, komm Komm, komm, alles Keule Fahr, 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 fahr Wuhu Das schaffst du nicht Schaffst du nicht Ach, komm, komm, komm Ja, hab wir beide nicht geschafft Nein Los nochmal, Bocchi, von Anfang Komm, komm, komm Du musst wieder zurück an Was für ein Y Ich bin voll durch Ach, Quatsch, Y Ja, Xbox-Controller Fucken Drück Y, Mann Das ist ein Xbox-Controller Was meint der mit Y Y Was will er mit Y, Mann Voll durchziehen Voll durchziehen Komm schon Komm schon Ah, nein Scheiße Nein Ich habe es aber auch geschafft Von dem Punkt aus Also einfach Alter, krass Alter, krass Pocchi ist einfach drüber gefahren Nein Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Nein Verdammt, da Ich habe gedacht Wir können noch ein bisschen Kliksen hier Ich bin da einfach übergefahren Ich habe das gesehen Und ich denke So, what the fuck Was macht ihr da? Oh Mann, ey Sehr gut, sehr gut, sehr gut Genau so muss das laufen Nicht anders Top Ah, herrlich Auf jeden Fall sehr gut Das war lustig So, jetzt Kliksen